Hallo Leute! Jo Jo Captain! Ich hör euch gar nicht! Jo Jo Captain! Ähhhhhhhhh! Wer wohnt in der Ketchupflasche ganz tief im Meer? Hot dog! Hot dog! Sau stark gebraten und lecker dazu! Hot dog! Hot dog! Wenn euch der Sinn nach pazifisch in unseren euch steht! Hot dog! Hot dog! Denn schwindig am Boden kommt mir gar nicht zu spät! Hot dog! 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 Hahaha! Das war das Intro unserer kommenden Serie, die jetzt auch langsam zum Wochenende in den Produktionsstart der ersten Folge kommt. Dafür brauchen wir aber immer noch sehr viele Darsteller, wie natürlich passende Synchronstimmen. Falls Interesse hast, das da mal mitzumachen. Denn schau doch einfach mal bei der Xbox Community vorbei. Da haben wir den Club Hot Dog Community aufgemacht. Öffentlich natürlich kannst du beitreten für solche Projekte. Für alle anderen, die darauf natürlich keinen Zugriff haben, bieten wir an, ganz einfach eine Interaktion mit der Serie an sich. Wie das Ganze erfolgt, erfährst du ganz einfach nach der ersten Folge. Aber ansonsten würde ich sagen, freue ich mich jetzt aufs Wochenende und sag zu euch nur noch eins und zwar ganz einfach Tschüss. Das war's. Das war's.